Willkommen bei dem Video von 10 Arten von Eltern an Weihnachten mit Maxi. Ja Leute, hier findet ihr meinen Kanal Namen bald enden an. Und zwar zu Maxi-Sach. Weil Maxis Vlogs ist jetzt nicht so der beste Name. Und dann fangen wir mal an mit dem ersten Mal. Und dann nehme ich noch einen Ball. Und dann nehme ich noch einen anderen Ball. Und ein Mikrofon. Und dann nehme ich noch ein, 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 ein Film. Und dann, ähm, so. Und dann weiterführen. Alles vorbereiten. Und hier. Der Alle-Schenker. Bitte schön, mein Kind. Das hier ist für dich. Oh, danke Mama. Ein Fon. Ein MP3-Player-Kopro-Asset. Eine Cap. Zwei Bälle. Ein Mikrofon. Geil. Das muss ich doch hier hinten mal ausprobieren. Das ist super sauer. Der Mieslauna. Hallo Papa. Hast du vergessen, heute ist Weihnachten? Hast du Geschenke? Für Geschenke, mein Sohn. Nichts Weihnachten hier. Dafür geben wir kein Geld aus. Kannst du es vergessen? Ach, Kind, heute ist Weihnachten, ne? Oh, das habe ich ja total vergessen. Was, Papa, du hast Weihnachten vergessen? Och, Mann, das tut mir ja so leid. Oh, können wir das morgen nachfeiern? Übrigens, das ist jetzt das Spiel. Hallo Papa. Heute ist Weihnachten. Hast du Geschenke? Was für Geschenke, mein Junge? Ich vergrößte schon. Deine Mutter und ich, wir sind Spieße. Gehast. Bist du noch bei Trost? Das ist jetzt der... ...die... ...aufgeregten. Hm. Was sollen wir denn unseren Sohn kaufen? Du Schatz, ich weiß auch nicht, was wir unseren Sohn kaufen sollen. Ich bin dafür, wir kaufen dir einfach mal ein Schulbuch. Hallo Mama und Papa. Ich habe ein Geschenk für euch. Und zwar... ...schenke ich euch eine Mülltonne. Eine Mülltonne, Junge? Ist das dein Ehren? Wir schenken dir ein Laptop, ein Laptop, ein Tablet, ein Neusen... ...ein Laptop, ein Neusen... ...ein Tablet, ein Tablet, ein Tablet... ...was du willst zu Weihnachten? Und du schenkst es nur? Eine... ...blöde... ...Blödentonne? Ähm... Ja, mir ist nichts anderes eingefallen. Ich konnte doch auch nicht wissen, dass ihr... ...keine Mülltonne magt. Weißt du was, meine Jungen? Die Mülltonne kannst du dir enden archen. Au revoir! Papa!